Die Stadt Walsrode liegt im Bundesland Niedersachsen, im Städtedreieck Hannover, Bremen und Hamburg, in der Lüneburger Heide. Wer eine gesunde und saubere Umwelt, eine abwechslungsreiche Urlaubslandschaft und Freizeitmöglichkeiten vom Erholungs- bis zum Erlebnisurlaub sucht, findet alles in der Vogelparkregion rund um Walsrode. Ob eine ruhige Ferienwohnung am Waldrand oder Urlaub auf dem Bauernhof, herzlich willkommen in unserer schönen Stadt Walsrode. Walsrode Nur wenige Schritte sind es vom Stadtzentrum Walsrode bis zur Grünanlage am Kloster mit dem idyllisch gelegenen Klostersee. Der Besucher tritt durch das schmiedeeiserne Tor des Klosters Walsrode und ist überrascht von der Stille und Weite. Eine besondere Atmosphäre strahlt die gepflegte Anlage aus dem 18. Jahrhundert aus. Hier lassen sich noch mittelalterliche Bauteile finden. Die Glasfenster hinter dem Altar sind noch im Originalzustand von 1483. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die St. Georg Kirche Meinerdingen wurde im romanischen Baustil um 1200 erbaut. Der Turmbau von 1380 und die Neugestaltung erfolgte dann im 14. Jahrhundert durch ein gotisches Gewölbe. Im Sommer verwandelt sich die Kirchwiese zum Biergarten mit Livemusik. Dieses Fachwerkhaus ist das älteste Haus in meiner Dingen. Der Rischmannshof wurde 1912 als eines der ersten Freilichtmuseen in Deutschland eröffnet. Das Museum besteht aus einer bäuerlichen Hofanlage mit Nebengebäuden und Außenstellen. Walsrode trägt seit 1935 den Namenszusatz Hermann Lönz statt. Der Heidedichter machte die Stadt in der Lüneburger Heide Anfang des 20. Jahrhunderts zu seiner Wahlheimat. In der Innenstadt von Walsrode steht die große Stadtkirche St. Johannes der Täufer. Ein großes, helles und geräumiges Gotteshaus, das in den Jahren 1848 bis 1850 errichtet wurde und fast unverändert bis heute erhalten ist. Ein besonderes Highlight ist der Weltvogelpark Walsrode. Bewundern sie im größten Vogelpark der Welt, gleichzeitig auch ein einmaliger botanischer Garten, über 4000 Vögel aus allen Klimazonen der Erde. Eingebettet in eine der schönsten Parklandschaften Norddeutschlands. Fantasievolle Blumenbilder, Wasserspiele, historischer Brunnen, Themengärten, Wasserfälle, Großvolieren und Tropenhäuser. Groß und klein sind gleichermaßen begeistert. Walzrode ist ein Ort der Vielfalt. Der Industriepark Walzrode, ideal im Städtedreieck Hannover, Bremen und Hamburg gelegen, bietet Gewerbetreibenden beste Startbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten. Ein weiteres Highlight ist die Ginseng-Farm. Koreanische Weisheit und deutscher Anbau. Einmalig in Europa. Beeindruckende Sehenswürdigkeiten, traditionsreiche Geschichte, vielfältig und einmalig. Willkommen in Walzrode. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017